Der Mainstream der Volkswirtschaftslehre kann nicht erklären, warum in Japan trotz Rekordschulden und riesigen Anleihekaufprogrammen Zinsen und Inflation seit Jahren niedrig sind. Widerlegt der Fall Japan etwa die ganze Mainstream-VWL? Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In diesem Video schauen wir uns mal ein ganz besonderes Beispiel an, nämlich den Fall Japan. Will man als VWL-Student seinen Prof mal ärgern, dann fragt man ihn einfach mal, ob er das Phänomen Japan erklären könnte. Warum Phänomen? Nun, Japan hat Rekordschulden, fährt extrem hohe Defizite seit Jahren, hat Nullzinsen und die Zentralbank versucht mit Anleihekaufprogrammen alles, um die Wirtschaft irgendwie in Gang zu bekommen. Und das, wie gesagt, in mittlerweile mehr als 20 Jahren. Schaut man in ein VWL-Lehrbuch oder besucht man eine ganz normale Mainstream-VWL-Vorlesung, muss einem eigentlich klar werden, oh, Defizite, Schulden, Anleihekaufprogramme, Nullzinsen, Japan müsste eigentlich Probleme bekommen. Denn vertraut man auf die Mainstream-VWL, muss eigentlich klar sein, Defizite, staatliche Defizite führen zu Inflation. Hohe Staatsschulden führen zu höheren Zinsen, denn der Staat konkurriert mit dem Privatsektor um eine knappe Geldmenge. Hohe Zinsen wiederum würden dann die Investitionen abwürgen und das Wirtschaftswachstum schwächen. Außerdem, wenn ein Staat hohe Schulden hat, dann kommen irgendwann die Ratingagenturen und stufen die Bonität des Staates herunter, dann wird er unter Umständen vom Kapitalmarkt abgeschnitten und zahlungsunfähig. Es ist also ein Teufelskreislauf, so würde man zumindest vermuten. So oder so ähnlich steht es in den VWL-Lehrbüchern, wird es auch von Professoren unterrichtet. Und es ist natürlich nicht so, dass das dann nur in den VWL-Vorlesungen oder bei der Hausaufgabe, wenn man das VWL-Lehrbuch durchwühlt, bleibt. Nein, sondern es wird reproduziert in der Politik, bei politischen Reden, Veranstaltungen. Es wird in den Medien reproduziert, wenn man die Tageszeitungen durchliest. Überall steht das drin, hält aber einem Faktencheck leider nicht stand. Bevor wir aber zum Faktencheck kommen, zwei, drei Wörter zum Kontext Japan. Japan ist ein reiches und entwickeltes Land, hat 125 Millionen Einwohner und eine Wirtschaftsleistung pro Kopf in etwa auf der Höhe von Frankreich. Das Land hat eine relativ moderne Infrastruktur, hat eine alternde Gesellschaft und eine sehr geringe Arbeitslosigkeit von unter 3%. Seit den 90ern läuft es aber mit dem Wirtschaftswachstum Japan nicht mehr so rund. Das Land wurde von mehreren Krisen geplagt, von einer Immobilienblase, die geplatzt ist und einem Börsencrash in 1990, über die Asienkrise 1997, bis zur Finanzkrise, großen Finanzkrise 2728 und zur natürlich Corona-Pandemie im Moment. Japan ist außerdem das Land, für das der Ökonom Richard Kuh den Begriff Bilanzrezession geprägt hat. Über das Thema Bilanzrezession, ob sie jetzt auch nach der Corona-Krise in Deutschland droht, habe ich dieses Video hier schon gemacht. Aber Bilanzrezession in Japan, was steckt dahinter? Japan hat nicht nur hohe Staatsschulden von über 250% gemessen an der Wirtschaftsleistung, sondern auch eine extrem hohe Privatverschuldung. Die lag mal über 250% vom BIP und ist aber, stand heute auch immer noch weit über der 200%-Grenze. Wo kommt das her? Das kommt von den eben erwähnten Finanzkrisen. Finanzkrise 2728, aber auch in den 90ern, die Immobilienblase und der Börsencrash. Da verschuldet sich der Privatsektor und wenn dann die Krise kommt, dann gehen die Bilanzen baden. Dann sind die privaten Unternehmen total verschuldet und um aus dieser Verschuldung wieder rauszukommen, nutzen sie dann die zukünftigen Gewinne, die sie machen, nicht, um wieder zu investieren. Dann würde das Geld wieder in die Wirtschaft kommen, die Wirtschaft angekurbelt, sondern sie versuchen erstmal ihre Bilanzen in Ordnung zu bringen, ihre Schulden zu tilgen. Das heißt, die Unternehmen und auch die Privathaushalte versuchen Überschüsse zu erwirtschaften, versuchen zu sparen. Und wir wissen alle schon, was das bedeutet. Sparen oder Kredite tilgen bedeutet, Geld geht nicht wieder in die Wirtschaft rein, sondern wird aus der Wirtschaft hinausgezogen. Die Folge, Wachstumsschwäche und ja, das mittlerweile seit über 20 Jahren. Eigentlich wäre der japanische Staat jetzt gefragt, massive Konjunkturpakete aufzulegen, damit die Wirtschaft brummt und die Privaten so viel Geld verdienen, dass sie eben von ihren Schulden runterkommen, dass sie ihre Bilanzen aufpolieren könnten. Genau das macht Japan aber nicht. Der japanische Staat gibt genau so viel Gas, dass die Wirtschaft nicht komplett abschmiert, aber eben zu wenig, um diese Bilanzrezession nachhaltig zu lösen. Ein gutes Beispiel für diese staubige Fiskalpolitik der japanischen Regierung ist die Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wurde da erst 1989 eingeführt und zwar damals mit der Begründung, oh, wir werden ganz viele Rentner haben, wir müssen ja die Renten finanzieren, dafür müssen wir den Leuten Steuern abnehmen. Dafür wurde die Mehrwertsteuer eingeführt und seitdem immer wieder erhöht. Zuletzt im Jahr 2019 von 8 auf 10 Prozent. Nichts wirkt aber eine Wirtschaft mehr ab als eine Mehrwertsteuererhöhung, weil sie eine breite, die breite Masse der Bevölkerung davon betroffen ist und eben Kaufkraft verliert. Wenn die Leute Kaufkraft verlieren, dann läuft die Wirtschaft schlechter. Genau dagegen versucht sich die japanische Zentralbank, die Bank of Japan, zu wehren, und mit allem zu stemmen, was sie hat. Nullzinsen, riesige Anleihekaufprogramme, sogenanntes Quantitative Easing, kennen wir hier auch von der EZB, macht man in Japan schon viel, viel länger. All das hat sie aufgelegt, um eben aus dieser Deflationsfalle zu kommen. Bisher aber leider erfolglos. Soweit zur Ausgangssituation in Japan. Kommen wir aber mal zum Faktencheck. Schauen wir uns die Zahlen an. Und hier die erste Grafik zeigt die Staatsschulden und die Zinsen in Japan. Was sieht man? Die grüne Linie sind die Staatsschulden, rechte Achse, und wir sehen, das hat sich in den letzten 30 Jahren in Japan fast für Fünfer. Japan liegt bei über 250 Prozent Staatsvorschuldung, was im internationalen Vergleich extrem hoch ist. Und während die Staatsschulden gestiegen sind, sehen wir linke Achse, in Grau und in Schwarz, die Zinsen. Was ist mit denen? Die sind doch gestiegen bestimmt, oder? Nee, wir sehen hier ganz klar, die sind gleichzeitig gefallen. Steigende Schulden, sinkende Zinsen. Und zwar sowohl die kurzfristigen Zinsen, hier in Schwarz dargestellt, als auch die langfristigen Zinsen, hier in Grau dargestellt. Warum sind die Zinsen in Japan denn eigentlich so niedrig? Nun, das ist relativ leicht zu erklären, weil die Bank of Japan, die japanische Zentralbank, das so will. Mit ihren Zinsentscheidungen kann sie den kurzfristigen Zins quasi dahin drücken, wo sie ihn haben will. Der japanische Leitzins liegt bei minus 0,1 Prozent. Und mit ihren großen Anleihekaufprogrammen drückt sie das sogenannte lange Ende der Zinsen, also in dem Fall die zehnjährigen Staatsanleihen zum Beispiel. Auch die Eurozone dient ihr als gutes Beispiel. Die EZB kauft auch seit Jahren im großen Stil Anleihen, jetzt in der Corona-Krise nochmal mehr. Sie fährt Nullzinsen und hält damit im Moment sowohl die kurzfristigen als auch die langfristigen Zinsen unten nahe Null. In der Finanzkrise oder in der Eurokrise war das anders. Da sind die Zinsen auf italienische, auf griechische Staatsanleihen extrem nach oben geschossen, weil die Zentralbank eben nicht eingegriffen hat mit großen Anleihekaufprogrammen. Jetzt haben wir Corona-Krise, krasse Wirtschaftskrise. Wo stehen die griechischen und italienischen Anleihen? Selbst für Zehnjährige lagen die Zinsen teilweise unter einem Prozent. Die Lehre muss also sein. Die Zinsen auf Staatsanleihen sind genau da, wo die Zentralbank sie haben will. Das Zinsniveau ist da kein Marktergebnis, sondern wird von der Zentralbank kontrolliert. Die Einsicht ist im VWL-Mainstream nicht ganz angekommen. In anderen Denkschulen, im Postkensernismus oder im MT, ist sie seit Jahren absoluter Standard. Mainstream-Ökonomen waren außerdem seit Beginn der Anleihekäufe, seit Beginn dieses Quantitative Easings davor, dass das inflationär sein wird. Auch da liegen sie allerdings falsch, wie diese Grafik hier zeigt. Wir sehen in grün die Entwicklung der Geldmenge, rechte Skala und in grau-blau die Entwicklung der Inflation, linke Skala, als Index dargestellt. Die Geldmenge, das Grüne, ist 2020 14 Mal so groß gewesen wie 1990. Die ist also extrem gestiegen, vor allem sehen wir hier seit 2012 einen massiven Anstieg. Die Inflation, die lag 2020 gar mal 1,8 Prozentpunkte über dem Level von 2015 und ca. 10 Prozentpunkte über dem Level von 1990. Heißt, wir sehen hier auch am Index von 98 bis 2012 war in Japan vor allem eines los, nämlich Deflation. Der Mainstream lag auch hier also völlig daneben. Neben den Anleihekäufen werden aber natürlich auch hohe staatliche Defizite als Inflationstreiber gesehen. Auch dafür habe ich eine Grafik mitgebracht, nämlich die hier. Und hier sieht man die jährlichen Defizite in grün. Da sieht man teilweise bei minus 10 Prozent. Wenn wir in Deutschland 10 Prozent Defizit machen würden, dann wäre die Hölle los. Und in grau-blau die jährlichen Inflationsraten. Wie eben schon erwähnt, Japan hatte den größten Teil der Zeit, Deflation. Gerade mal 2014 geht das so in Richtung 2,5 Prozent mal. Seit dann aber auch wieder unten. Und naja, was soll man hier festhalten? Fette staatliche Defizite und den größten Teil der Zeit Deflation. Mainstream, wie willst du uns das erklären? Der Fall Japan offenbart schonungslos, so muss man sagen, die Schwächen des VWL-Mainstreams. Seine zentralen Annahmen über Geld, über Staatsfinanzen, über Banken, über Inflation sind alle empirisch nicht haltbar, sind theoretisch schwach. Und seine Modelle nützen auch nichts für Prognosen, wenn die Prognose mehr Inflation und mehr Zinsen, wenn Defizite, Schulden und Anleihekäufe steigen. Japan ist im Fall Japan mächtig in die Hose gegangen. Man muss es so hart sagen, es tut mir ja auch leid, aber der VWL-Mainstream kann einfach die ökonomischen Zusammenhänge unserer Welt, unseres modernen Geldsystems nicht erklären. Häufig kommt in dem Zusammenhang dann aber die Frage auf, ja, aber ist Japan denn jetzt etwa sowas wie der Musterschüler der MMT? Und da muss man sagen, es kann nicht der Musterschüler sein, weil die MMT kein politisches Regime ist, sondern ökonomische Theorie. Das heißt, die japanische Politik, wie sie umgesetzt wurde, nix mit der MMT zu tun. Aber die MMT hilft natürlich besser als der VWL-Mainstream, um den Fall Japan zu verstehen. Denn, so sagt die MMT ja zum Beispiel, dass Defizite nicht per se inflationär sind. Sie erklärt, warum das Zinsniveau kein Marktergebnis ist, sondern warum die Zentralbank es kontrollieren kann, warum Anleihekäufe nicht inflationär sind, warum ein Land wie Japan mit eigener Währung nicht in die Zahlungsunfähigkeit rutschen kann und warum Staatsschulden nicht per se zu höheren Zinsen führen würden. All das, was wir in den Grafiken eben gesehen haben. Außerdem ergibt sich aus der MMT auch die Schlussfolgerung, dass die Geldpolitik, also das, was die Zentralbank macht, Zinsen hoch, Zinsen runter, Anleihen kaufen, Anleihen verkaufen, der Fiskalpolitik, also dem, was der Finanzminister macht, Geld ausgeben, unterlegen ist, wenn es darum geht, Deflation und Wachstumsschwäche zu bekämpfen. Die tatsächliche Wirtschaftspolitik, die in Japan, also die letzten 30 Jahre gefahren wurde, ist also auch keine, die aus MMT-Sicht ökonomisch sinnvoll wäre. Statt die Zentralbank zu überfordern, wäre aus MMT-Sicht die Fiskalpolitik, der Finanzminister gefragt gewesen. Ich hatte das eingangs schon erwähnt, es braucht gute Konjunkturpakete, man muss Ausgaben hochfahren, um die Wirtschaft so zum Brummen zu bringen, dass die Privaten sich entschulden können und dann irgendwann auch wieder selber Gas geben, um zu investieren. Dann kann man wachsen und dann kommt man auch aus der Deflationsspirale raus. Der japanische Staat macht das eben nicht, da muss die Zentralbank Gas geben und sich die Hörner abstoßen und die Fiskalpolitik macht eher so sinnlose Sachen wie diese Mehrwertsteuererhöhung, um die Renten der alternden Bevölkerung zu finanzieren. Auch eine Maßnahme, die sich gewiss nicht aus einem MMT-Verständnis des Geldsystems ergibt. Japan zeigt auch ganz gut, dass es eben gute und schlechte Defizite und gute und schlechte Schulden gibt. Denn das wird mir auch häufig fälschlicherweise vorgeworfen, MMT würde sagen, Schulden gleich gut und Defizite gleich gut. Das ist nichts, was ein MMTler jemals sagen würde, denn es gibt gute und schlechte Defizite und gute und schlechte Schulden. Es kommt immer drauf an und das zeigt eben hier diese Grafik auch ganz gut. Ähnlich zu der davor, in grün hier die Staatsbilanz, die zeigt, Japan hat fette staatliche Defizite gemacht, die Neuverschuldung war hoch und in grau das Wachstum, also das Wirtschaftswachstum Japans. Und wir sehen, die Defizite sind groß, aber das Wachstum ist eben schwach. Das bringt ja die Frage nochmal auf, wie kann ein Defizit denn eigentlich entstehen? Und da gibt es eben einen guten und einen schlechten Weg. Ein schlechtes Defizit ergibt sich, wenn die Wirtschaft abschmiert oder nicht läuft. Dann sinken die Steuereinnahmen, gleichzeitig können auch die Staatsausgaben hochgehen, etwa wenn mehr Leute arbeitslos sind, dann muss der Staat mehr Arbeitslosengeld zahlen. Und dann hat man weniger Wachstum, weniger Wohlstand, aber ein hohes staatliches Defizit. Das wäre schlecht. Aber es gibt auch gute staatliche Defizite, wenn man so will. Wenn der Staat ein riesiges Konjunkturprogramm auflegt, etwa um die Wirtschaft umzubauen, Solarpaneele auf jedes Dach zu packen, um ökologischer zu werden, dann gibt es sozusagen mehr Kaufkraft, dann läuft die Wirtschaft besser, dann gibt es mehr Steuereinnahmen und vielleicht sinken dann auch die Ausgaben für Arbeitslose, weil wir vielleicht Vollbeschäftigung erreicht haben. Im ersten Fall wäre das Defizit mit einer Rezession einhergegangen, im zweiten Fall geht das Defizit mit Wachstum einher. Das kann man aber am Defizit alleine noch nicht ablesen, da muss man auf andere Statistiken gucken. Wachstum, Auslastung, Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Auf Japan angewendet muss man sagen, was Japan macht, ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Die machen nicht so viel, dass die Wirtschaft nachhaltig wächst und die dann einen Boom haben und sich aus der Krise befreien, aber auch nicht so wenig, dass die Wirtschaft abschmiert. Sie stagnieren. Japan tritt eigentlich seit 30 Jahren auf der Stelle. Und zu Japan und MMT noch. Zwar steigt auch nach meiner Wahrnehmung in Japan das Interesse an der MMT, die haben zum Beispiel das Buch von Stephanie Kelton, The Deficit Myth ins Japanische übersetzt und auch der MMT-Ökonom Bill Mitchell wird ja häufiger eingeladen, aber noch 2019 haben sich der Finanzminister und ein Mitglied des Vorstands der Bank of Japan sehr negativ zur MMT geäußert. Finanzminister Aso nannte die MMT eine radikale Idee, die die fiskalische Disziplin aufweichen würde. Fiskalische Disziplin ist auch so ein schönes Nullwort, so eine Mainstream-Nebelkerze. Was er damit meint und was das Problem denn dahinter wirklich ist, lässt er offen. Und Harada, Vorstandsmitglied Bank of Japan, ich glaube ehemaliges Vorstandsmitglied nur, sagte, die MMT würde auf jeden Fall zur Inflation führen. Das sind natürlich beides Strohmänner, denn MMT kann man nicht umsetzen, sondern MMT hilft zur Erklärung und zu Einsichten zu kommen und wir halten fest gegen Ende des Videos, der VWM-Mainstream kann Japan nicht erklären, die MMT kann Japan erklären. Trotzdem ist aber die Politik, die Japan da eben angewendet hat, keine Politik, die ein MMT-Ökonom empfehlen würde, die aus MMT-Sicht sinnvoll wäre. Nochmal, wenn man als Student seinen VWL-Prof ärgern will, frage man ihn einmal danach, Japan zu erklären, wie das denn mit der Inflation und den Zinsen alles so sein kann, wenn die da Rekordschulden haben. Das wird sicherlich lustig, aber ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst, gerne die Glocke aktiviert, um kein Video zu verpassen. Checkt den MMT für Einsteiger-Kurs auf Udemy mal aus, da wird die MMT ausführlich erklärt und auch nochmal genauer auf das Beispiel Japan eingegangen. Ansonsten haltet die Ohren steif, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.